Wussten Sie, dass 80% der Angriffe auf Ihre Unternehmensdaten oberhalb der Netzwerkebene stattfinden? Was genau bedeutet das? Nehmen wir einmal an, Ihr Unternehmen betreibt einen Online-Shop. Wenn sich die Webseite des Shops lange Zeit oder gar nicht aufbaut, kann das zum Beispiel an einem DDoS-Angriff liegen. Solche Angriffe werden permanent gezielter und intelligenter. Sie richten sich immer häufiger auf verschlüsselte Seiten, wie beispielsweise Ihre Login-Seite. Das Gemeine daran, wenn der Angriff wenige Minuten dauert, dafür aber mehrmals am Tag, fällt das fast keinem auf. Trotzdem verliert Ihr Unternehmen Geld, Reputation und im schlimmsten Fall Kunden. Das gilt natürlich nicht nur für Betreiber von Online-Shops, sondern auch für das Bestellsystem eines Automobilherstellers oder für die E-Mail-Anwendungen eines B2B-Unternehmens. Letztendlich für alle Anwendungen. Wie können Sie sich dagegen schützen? Mit unserem umfassenden Sicherheitskonzept für Ihr Rechenzentrum stehen wir von F5 bei der Lösung als Partner zur Seite. Das Herzstück des Konzepts ist eine Sicherheitsarchitektur, mit der sich Angriffe ganzheitlich erkennen und abwehren lassen. Dazu gehören sowohl Attacken auf die Netzwerkinfrastruktur und die beteiligten Kommunikationsprotokolle, als auch Bedrohungen gegenüber den Anwendungen, meist Web-Anwendungen. Oft werden diese Angriffe über verschlüsselte Verbindungen eingeschleust. Da das F5-System elementarer Bestandteil der Kommunikationsbeziehungen zwischen einem Anwender und dem Webportal ist, erkennt es auch diese Attacken und wehrt sie ab. Ganz wichtig, das F5-Sicherheitssystem bleibt während dieses Prozesses transparent gegenüber den Kommunikationspartnern. Und noch besser, die Performance der Anwendung zum Benutzer bleibt bestehen. Das klingt schon alles ganz interessant, aber Sie sind sich noch nicht sicher, was genau in Ihrem Fall wirklich nötig ist? Wir erarbeiten gerne mit Ihnen zusammen, was Sie brauchen. Unsere Sicherheitslösungen sind modular und damit individuell für Ihr Unternehmen gestaltbar. Noch dazu sind Sie schnell installiert und weitere Funktionen lassen sich auch im Nachhinein ganz einfach freischalten. Vielleicht arbeiten Sie sogar schon mit einer Lösung von F5 im Rahmen der Lastenverteilung? Dann sind Sie nur noch einen Knopfdruck von Ihrer individuellen Sicherheitslösung entfernt. F5 – Solutions for an Application World